Über den Dächern von Gaza übt der Spiderboy für seinen Traum. Mohammed al-Sheikh will mit solch unglaublichen Rückwärts-Saltos und Verrenkungen weltberühmt werden. Bei der TV-Show Arab's Got Talent hat der Zwölfjährige mit seinen Stunts schon für Furore gesorgt. In seinem Trainingseifer hat ihn auch der Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas mit tausenden Toten nicht stoppen können. Er will Weltmeister als biegsamster Mensch der Welt werden und damit ins Guinness-Buch der Rekorde. 33 Mal in der Minute kann Mohammed auf diese Weise seine Beine kreisen lassen, viermal mehr als der bisherige Rekordhalter. Mit seinem Trainer feilt er unermüdlich an seiner Körperbeherrschung. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, als er an Arab's Got Talent teilnahm. Er hatte so viel Energie. Seine Mutter hat sein Talent entdeckt. Ich habe angefangen, ihn auf die Show vorzubereiten und inzwischen kann er mit der Weltspitze mithalten. Nach dem Finale von Arab's Got Talent bekam Mohammed Training im Ausland samt zehn Jahren Förderung angeboten, um ihn auf internationale Wettbewerbe vorzubereiten. Aber seine Familie wollte das Jüngste von acht Kindern nicht allein in die Fremde schicken. Und so bleibt der kleine Spider-Man seiner Heimat erst einmal treu. Dreheber Untertitelung des ZDF, 2020